wenn sie 2.500 und jetzt 33 euro zu viel haben dann bekommen sie dieses fahrrad hier von ghost es ist ein pedelec ein ebike wie der volksbord so sagt bei dem ich in das pedal reintrete und durch einen yamaha motor unterstützt werde ja das modell heißt hybrid htx 4.7 von ghost ein hersteller der in deutschland zusammenbauen lässt und natürlich kommt der rahmen aus taiwan und wer sich auskennt das ist die qualitätswerkstätte für rahmen das jetzt kein witz können sie gar mal googeln ja es hat eine shimano diore schaltung mit drauf und als besondere ich sag mal extra qualität eine santur federgabel mit luftfederung wir sind heute bei kai gimlerbergs grüß dich kai grüß dich ja und dabei ist natürlich der andy ich grüße ja das ist jetzt aus dieser serie von ghost 2020 das nächst höhere modell wir haben das einstiegsmodell gerade eben gefilmt das hat eine stahlfeder vorne auch ganz okay kostet etwa 23 ungefähr 24 ungefähr also das ist jetzt das nächst geringere modell und hier habe ich dann das nächst höhere modell in der farbe ist auch nur erhältlich genau das einstiegsmodell gibt es tatsächlich auch in schwarz dieses höherwertige modell nur in diesen sandfarben aber ich muss sagen die farbe kam brutal gut an sowohl bei männern als auch weibleinen das ist irgendwie so eine unisex da stört sich keiner dran und trotzdem hat es einen gewissen pepp ja vielleicht fangen wir mal von vorne an der motor und da legen ja viele darauf wert es muss ein namhafter motor mit drin sein hier ist der neue 2020er yamaha motor drin power series st und da kann der andy vielleicht mal ein bisschen was zu sagen sehr sehr sanfte kraft entfaltung der schaltet nicht bei 25 km h brachial ab als ob man gegen eine wand fährt das macht er nicht also man hat kein getriebe drin deswegen ist es so dass er wenn er abschaltet dann nicht das gefühl vermittelt als wenn man gegen eine wand fahren würde muss das getriebe auch nicht mit treten wenn kann es drin ist brauche ja kein mit treten ja ist ja gut power of hybrid also das ist so vielleicht vielleicht kommen wir zunächst mal auf ghost zu sprechen also ghost ist ein hersteller der in deutschland zu fertigen lässt an der grenze zu tschechien genau in waldsassen sitzen die jungs und die haben muss man einfach sagen letzten jahre eine entwicklung hingelegt also wirklich hut ab absolut du verkaufst viele von den fahrrädern wie sieht es aus mit rahmenbrüchen gibt sie noch überhaupt null also sagen wir bei den serien hier überhaupt nicht vor jahren im fulli bereich gab es das aber herstellerübergreifend öfters mal aber ganz ehrlich wenn ich jetzt mal gucke bei den e-bikes kann mich gerade nicht daran erinnern dass wir überhaupt mal einen rahmenbruch überhaupt hatten also ich habe jetzt gerade noch keinen auf dem schirm also diese fahrräder hier sehen so aus so brachial stabil wenn man die mal aufschneidet sieht man das ist hightech das heißt das alu hat wandstärken das ist so dünn mittlerweile wird das gefertigt hat ein bisschen was mit dem gewicht zu tun die fahrräder sind gar nicht so schwer so um die 24 kilo genau ich meine klar im moment steht natürlich im vordergrund den akku optisch zu verstecken da geht es dann jetzt noch mal falls die wandstärken angeht noch mal so ein bisschen in die andere richtung aber da geht es einfach die optik vor man muss ja auch mal ehrlich sagen da hast beim ebay gerade was jetzt tourenmäßig eingesetzt wird wo wir davon ausgehen das ding bleibt mit den rädern eigentlich immer in jeder situation auf dem boden da sind die letzten paar kram auch nicht das all entscheidende also haben einfach beim ebay andere bedingungen wenn du jetzt natürlich im high performance fully bereich bist ein rad wo du willst hinterrad umsetzen und alle möglichen speranzen machen dann ist das thema vielleicht noch mal höher aber nicht das fahrrad dafür genau da sind wir hier eigentlich im anderen bereich so das heißt also angenommen ich habe ein wohnmobil oder ich will mich einfach mal bewegen oder ich will meinem sohn ein tolles geschenk machen 2533 euro mit einem in tube akku 600 wattstunden 500 wattstunden sorry tut mir leid aber schon der größere akku mit drin also keine 400 sondern 500 und in tube da legen viele wert drauf an die dass der akku nicht mehr so sichtbar ist so ist es die sagen immer das aufgesetzte stört sich von der optik her weil es halt dann doch offensichtlich ist dass es ein e-bike ist hier wenn man weiter weg geht ist meistens so dass die so abgesetzt sind das heißt also schwarz wenn ich weiter weg bin nehme ich gar nicht so wirklich wahr so dass ich nur das sandfarbe im auge habe und da wirkt das unterrohr sehr sehr schlank von der seite ja viele viele gehen ja mittlerweile auf 29 zoll und ja mal 27,5 das ist bei der größe und bei der klasse auch mittlerweile noch standard das heißt man kann etwas größere laufräder bekommen sogar gemischt wenn man das will aber hier ich sag mal wir reden hier meine preisklasse die von vielen leuten gefahren wird ich sag mal sogar als freizeit objekt mit dem ich einfach mal fahren kann für leute die vielleicht neu anfangen die die jetzt nicht dauernd im wald downhill fahren das heißt das hier ist zum beispiel für einen feldweg optimal auch mal durch den wald das ist auf der straße genau für so mischgelände optimal einfach also wenn ich habe ein bisschen kürzeren radstand das ganze wird ein bisschen wendiger in dem sinn also ich habe da schon vorteile auch wenn sehr wendig die 27,5 so jetzt schauen wir uns das ganze mal an du hast eben im letzten video schon mal betont dass dicke reifen die drauf sind die erhöhen den fahrkomfort je nachdem wie ich den luftdruck einstelle genau also es ist einfach angebracht hier geringere luft drücke zu fahren wir erleben das immer mal noch mal dass kunden sag mal die jetzt vielleicht irgendwo ihre letzten fahrrad erfahrungen vor 20 jahren gemacht haben den verkaufsen rad da kommen die zur ersten inspektion haben da sechs bar auf die reifen drauf geballert das geht ja macht aber wirklich keinen sinn im gegenteil du tust eigentlich die fahreigenschaften nur verschlechtern ja drei bar ist das sinnvoll also drei war finde ich schon viel so in so einem reifen wenn ich jetzt wirklich sehr viel auf straßen unterwegs bin dann würde ich eher so bei zweieinhalb landen und du kannst tatsächlich auch noch weiter runter gehen ja wir haben hier natürlich du siehst einen reifen der ist für diese reifen klasse ist das ein relativ reduziertes profil der auch dann relativ leise abrollt ja je grober und offener das profil umso lauter der lärm auf der straße sozusagen also das hier so ein typischer reifen typisch rat da wäre ich so bei zweieinhalb bar und gegebenenfalls sogar leicht runter der kommt ja mit muss man sagen andy ich habe die möglichkeit zum beispiel jetzt von herstellern namhaften herstellern gibt es mittlerweile immer mehr reifen da kann ich sogar auf dem vorderrad in anderen reifen fahren wie auch im hinterrad das geht also ich kann also machen viele zum beispiel was was könnte man da drauf machen an reifen danach wenn der mal abgefahren ist nobinik zum beispiel nobinik oder smart sam oder sowas in die richtung kommt dann immer darauf an was ich dann fahren möchte fahre ich weiter straße wenn ich straße fahren will so ein bisschen der unterschied auch der fahrradkategorie wenn wir jetzt bei die fullis gehen ja diese natürlich irgendwo in anderen preislassen spielen und die einfach sportlicher orientiert sind da haben wir mischbereifung drauf weil natürlich am hinterrad brauchst du traktion vorne brauchst du spurführung insofern sind die anforderungen an die reifen vorne und hinten sind ja unterschiedliche so das macht ich meine ist wie beim auto ist ja auch ein unterschied ob du jetzt ein rallye fahrzeug fährst und wir hast sportliche ansprüche oder einfach nur zum einkaufen fährst das heißt der reifen ist jetzt allround damit kann ich prima auf der straße fahren kann im gelände fahren natürlich auch im gelände aber das ist jetzt kein reifen in dem ich jetzt in den alpen jetzt irgendwo dann die die felsen trails runter ballert da darf er sich nicht gemacht ja dann haben wir noch mal andere reifen aber das ganze rad nicht genau dass das ganze rad nicht abgestimmt also einsatzpunkt zum beispiel ich habe ein wohnmobil will ein tolles fahrrad haben dafür oder ich sag mal ich möchte einfach spaß haben am wochenende kommen wir noch mal auf dem motor zu zu sprechen da ist das display mit drin das bedeutet ich lade diesen akku auf über eine ladebuchse die ist hier in der mitte an die die ist ja unten am motor direkt ok da kann ich also aufladen oder ich kann auch dass den akku rausnehmen genau wenn man gerade so lieb ist die mal die man aufmacht die leute wollen wir gerade sehen wie es darunter aussieht da habe ich keine hochvolt anschluss sondern das ladegerät so ein gerät mit dabei und das also ein stecker dabei der nur in der richtigen konfiguration da drauf passt also ich kann den quasi nicht verkehrt also auch spezialisten kriegen nicht andersrum drauf normal nicht okay hinten das sieht man da ist der sensor drauf da wird die geschwindigkeit gemessen die wird vorne angezeigt aber der dient auch dazu der motor schaltet tatsächlich bei 25 kmh ab genau deswegen ist das hier auch so ein bisschen plastischer abgesetzt das ganze das soll verhindern dass man also quasi so speed dongles und solche sachen drauf machen kann jetzt mittlerweile sind die hersteller auch in der pflicht dass man das nicht so einfach machen kann genauso das ist die jahre vorher war das alles ein bisschen einfacher mittlerweile gehen die also her und steuern software technisch das ganze oder so jetzt dass man also quasi da keine manipulations versuche mehr machen kann genau wenn du mal so lieb ist dass man anmacht das display also einmal habe ich die gänge kai das kennt man ja das sind also schaltung die drin ist da da habe ich ritzel hinten und dann habe ich die motorkraft die kann ich steuern genau das sind zwei völlig unabhängige dinge mit der schaltung steuerst du sozusagen eine trittfrequenz also wie schnell trete ich bei geschwindigkeit x und das ist auch unabhängig vom motor weil hier stelle ich halt ein wie viel unterstützung rein kraftmäßig mit der motor zu meiner einkraft dazu steuert okay das wird multipliziert oder ich sag mal angehoben prozentual da kann ich wählen da gibt es verschiedene stufen es gibt sogar eine automatik richtig also sie ist hier einfach mal durch balken dargestellt ich bin jetzt auf der höchsten unterstützungsstufe oder gehen wir mal umgekehrt also habe ich gar keine unterstützung das geht auch vollständig selbstständig ohne dass der motor etwas dazu tut wenn das kind zum beispiel vorne weg fährt im kinderfahrer braucht das kind nicht zu arg quälen dann schaltest du den motor aus und je weiter du hier hoch drückst umso stärker unterstützt sich der motor mit seiner kraft und da reden wir hier von 70 newtonmeter was der maximal bringt okay jetzt ist ja so die leute überschlagen sich mit newtonmetern das ist im endeffekt gar nicht so wild auf der stärksten stufe oft ich sag mal bei bosch heißt das glaube ich turbo und und so weiter das ist ja nur eine frage wie ist diese kraft diese mögliche kraft unterteilt ja sagt ja nichts über die absolute leistung aus weil da haben wir auch manchmal diskussionen dass er hat ein der motor hat auch mehr unterstützungsstufe das heißt dass er mehr kraft hat das ist nur anders unterteilt und was anderes wo ich drauf hinaus will was auch eine ganz wichtige sache ist was die elektronische abstimmung angeht dieses thema ja ich habe jetzt so viel newtonmeter ein anderer motor so viel das ist gar nicht immer das entscheidende es muss ja auch wie hier zum einsatzbereich passen muss zum gesamten radaufbau passen und vor allem ist immer ganz wichtig wann wird die kraft wie abgegeben das ist oft viel entscheidender wie einfach nur die maximale leistung zu haben bei 25 kmh früher war das so damals schon mal darüber berichtet das getriebe musste mitgetreten werden bei vielen da hat man richtig gemerkt 25 kmh kamen und plom was haben die leute gemacht sie sind 24,9 gefahren genau das war wirklich ja klar da hast du immer so ein bisschen das problem dass es sich genau an dieser unterstützungsstufe unter umständlich ein bisschen unangenehm ist weil der motor da mal rein und raus und das waren aber auch sachen haben die hersteller zugelernt dass dieser übergang von unterstützung zu nicht unterstützung mittlerweile sehr smooth ist das merkst du kaum noch da gibt es glaube ich auch einen trick und zwar unten wird dir das drehmoment gemessen also glaube ich da ist so ein drehmoment messding drin und das und das misst wie stark ich trete und man kann allein mit der trittfrequenz kann man schon sehr sehr viel machen was das gleichmäßige angeht richtig der drittkraftsensor quasi ist das dann der meldet wie viel druck auf dem pedal liegt und dementsprechend hat dann auch unterstützt und das ist auch so ein gern gemachter fehler dass die leute also zu schwere gänge eigentlich fahren und zu langsam treten hat mehrere bewandte erstmals eigentlich für deine muskulatur nicht gut und auch sagen wir für die unterstützung des motors also sollte schon eine flüssige trittfrequenz haben nicht hier den höchsten gang dreht wie ein mühlstein und das macht der motor eigentlich wenn ich fahrrad fahre ich bin guckt den rennradfahrer da so an jeder kultur de france die treten ja auch relativ schnell natürlich für jeden der untrainiert ist angenehm aber wenigstens so mittelding also zu schwer treten wir haben wirklich haben kunden die haben noch nie den gang gewechselt weil die immer nur auf dem schwersten gang fahren also die leute hast du die fahre immer im schwersten gang unten an der saar entlang und ist falsch die kette durch ist die kette durch das ritzel durch ist einfach zu viel kraft auf der kette dann lag und sich die dann einfach gelenkt hat mit dem geringsten rollumfang natürlich am schnellsten dann verschleißt ja das kann man sogar einzeln tauschen bei einigen paketen allerdings muss man sagen wir sind hier im einstiegssegment ich zeige mal gerade mal die schaltung die ist gar nicht so teuer ich glaube hier das ritzelpaket so um die um die 60 euro ja also hier geht es noch gibt natürlich dann noch viel teurer wo es ja wirklich eklig wird da sollte beim verschleiß schon achten was jetzt aber zum beispiel jetzt hier auch ein unterschied ist zu diesem einstiegsmodell wir haben also hier ein shadow plus schaltwerk das unterscheidet sich im ersten moment durch diesen hebel hier was macht dieser hebel so bin ich wie beim normalen schaltwerk hat das schaltwerk die möglichkeit hier nach hinten zu schwenken das ist auch notwendig um das rad allein auszubauen hat aber folgende geschichte die kette wabbelt halt rum ja und jetzt kann ich hier eine sogenannte reibungskupplung einschalten und die macht einfach diese kette straffer weil das schaltwerk hier nicht mehr nach hinten schwenken kann vor allem fahrbetrieb und das verhindert also zum einen das schlagen der kette macht bringt also in der seite in der hinsicht mehr komfort und verhindert auch das abspringen der kette okay das kann also passieren auch vorne das ritzel da hat mir mittlerweile ein großes ritzel also bosch hatte früher kleine ritzel drauf da konnte man auch sehen war da jetzt ein getriebe drin oder nicht untersetzung übersetzung das ist heute ohne getriebe im motor den yamaha gab es so noch nie das betraf immer den bosch cx bis vorletztes jahr sozusagen der hatte hier ein kleines antriebsritzel und damit wir insgesamt noch mal die gleiche übersetzung haben war also intern noch mal planetengetriebe was sozusagen das kleine ritzel auf diese zähne zahl übersetzt hat leidenhaft ausgedrückt so ich zeige mal ganz kurz also das hier ist ein hardtail hinten hart vorne gefedert und jetzt gibt es eine tolle lösung aus dem saarland die mittlerweile die ganze welt erobert ja es kommt von der firma bei schulz bei schulz und sie heißt g.2 und das besondere hierbei ist du kannst diese feder die hier drin ist auswechseln was ist das kai also das ist eine gefährdete sattelstütze typische kundensituation kunde kommt rein sagt tach ich habe es im rücken ich brauche ein fulli da sagen wir die heißt hinten auch gefedert so ein fulli ist natürlich immer irgendwo das geilere rad kostet aber auch wesentlich mehr und grundsätzlich das fulli das hintere gefederte rad ja immer für fahrdynamische zwecke zuständig das heißt das rad bleibt es geht um traktionserhaltung ich zeige mal gerade so ein fulli das hier ist jetzt ein zb von kona da sieht man das sehr sehr schön da ist hinten also vorne habe ich dann die luftfeder drin und hinten habe ich den dämpfer drin genau und da siehst du schon jetzt einfach aufwändige technik allein dieser dämpfer der kostet wirklich ein schweinegeld du hast diese ganze lagerung und so weiter sprechen wir wieviel euro bei dem fahrrad sechs du kannst bei dem hier liegen wir bei 6000 euro aber du hast geht los so bei dreieinhalb dann wenn es bei vergleichbarer ausschaut du musst schon etwas um die 50 euro manchmal drauflegen damit das gleiche rad nochmals fulli hast genau es gibt aber einen trick ich kann mir erst mal in harte kaufen das ist übrigens für alle die das sehen den das jetzige fahrrad zu hart ist das kann man sogar nachrüsten ja natürlich klar und wenn es mal kurz dran hältst dass man einfach mal sieht genau dieses ding ich tausche also dieses teil was man hier sattelstütze nennt einfach gegen diese gefederte aus ich kann damit natürlich die fahrdynamischen vorteile des fullis nicht simulieren aber den komfortanteil das heißt ich sitze auf dem sattel und kriegt die stöße nicht voll in den rücken ab das macht genau dieses ist wesentlich muss man sagen natürlich diese feder gibt es einzeln das heißt wenn ich also 20 kilo abnehme brauche ich eine neue feder genau das ist auch nur dieses kleine teil lässt sich austauschen also wir haben die sattelstütze zum einen in verschiedenen federraten da und diese federn haben wir auch einzeln da damit wir immer aufs gewicht abstimmen können weil bei jeder federung gilt du musst mal sehen beim fahrrad ist anders wie beim auto und auto hat eine so große gesamtmasse da ist der federung relativ egal ob es einer drin sitzt oder nicht beim fahrrad ist was anderes weil das fahrzeug halt kaum eigengewicht hat insofern ist eine gewichtsschwankung beim fahrer anteilsmäßig nämlich viel stärker zu bewerten wie beim auto und deswegen ist beim fahrrad immer wichtig bei luftgabel bei dem dämpfer hinten sofern ich einen habe oder aber auch bei der gefederten sattelstütze dass das zum fahrergewicht abgestimmt wird angepasst wird und hierbei kann ich das anpassen die feder gibt es einzeln diese sattelstütze kann ich mitnehmen das heißt ich kriege ein neues fahrrad da kann ich die ausbauen und mitnehmen wenn sie dann passt bedingend ich sag mal so wir haben mittlerweile die situation dass wir uns hier dass die meisten hersteller sich auf zwei sattelstützmaße eingeschossen haben 31,9 mm 30,9 und 31,6 mm genau und relativ selten noch 27,2 mm es ist natürlich so wenn du jetzt eine 31,6 mm hast passt natürlich nicht in den rahmen mit 30,9 mm aber wenn sie passen würde kann ich sie mitnehmen genau wenn man vor hat das zu wechseln kann man folgendes tun man nimmt sicherheitshalber 27,2 mm tut das auffüttern mit der passenden hülse und dann ist die chance dass ich sie mitnehmen kann größer weil diese gute sattelstütze die gefederte hier die kostet auch ein paar euro preis knapp unter 200 189 euro 189 euro aber sie ist jeden cent wert sie hat sogar die firma bei schulz mittlerweile innovationspreise gewonnen sie ist erst ausrüster bei ganz vielen herstellern mittlerweile auch außerhalb von deutschland also ein hammer die sind wirklich eine absolute innovationsschmiede aus dem saarland aus dem saarland außer brücken und ich meine wenn einer sagt pass mal auf ich will doch nur ein bisschen komfort und ich möchte das geld nicht ausgeben wir haben auch andere für 39 euro nur da ist für jeden klar das kann nicht die gleiche qualität sein die kann ich das gleiche können ja super ok sattelstütze ist klar das heißt ich kann mir die federung hinten quasi erkaufen kann sie sogar nachrüsten viele werden das nicht gewusst haben muss man dazu sagen also ich denke eine wichtige information und das ist nicht so dass du die schuhcreme zu den schuhen immer gleich verkaufen willst ja sondern man muss es einfach nur wissen nein das ist ein sinnvolles teil und letztendlich kommen wir unserem kunden ja dann auch da entgegen weil wenn jemand sagt pass auf ich brauche für die weißen rücken habe und wir erklären ihm das spart er unter unverständlich 1000 2000 euro und hat für sich eigentlich nachher das bessere rad dass auch weniger wartung bedarf und einfach besser im handling ist weil er die uaufwändigere technik nicht braucht ja es gibt sogar firmen deswegen sind wir bei der größe also hier nochmal ganz kurz vielleicht zusammenfassend akku ist im rahmen drin die geometrie darüber haben wir übrigens in dem video über dieses fahrrad gesprochen das ist noch mal das 2.7 richtig das 2.7 das hier ist das 4.7 also ghost 2020 2.7 da findet ihr themen geometrie und jetzt würde ich gerne noch mal auf das thema individualisierung ansprechen ja wenn du mal so lieb ist es gibt noch ein vorbau den haben wir eben mal ausgepackt und es gibt die möglichkeit licht nachzurüsten und gepäckträger und so weiter und so fort und individualisierung das heißt das thema vorbau hast du gerade in der hand hier habe ich die möglichkeit die ich sag mal position und die höhe war da mal kurz die position die höhe vom lenker anzupassen genau so ist es also ich komme mit der vorbau mit dem vorbau schon etwas höher wenn ich den jetzt einfach mal dahin halte also der ist jetzt hier niedriger und der ist ja hier wenn ich den so drauf halte so ein stück schon höher also komme ich also schon wesentlich höher raus und durch die neigung an sich komme ich ja noch höher raus also wenn ich jetzt den drauf schrauben würde würde ich tatsächlich nicht hier den lenker haben sondern hier oben jetzt das ist dann schon ein ganzes stück höher so der karte hat noch was mitgebracht man kann sogar das habe ich gemacht einen ganzen lenker tauschen richtig und zwar geht es dabei jetzt dann auch um zertifizierung und um zulassungsgeschichten den vorbau den so an jetzt gerade hier gezeigt hat der ist natürlich eigentlich für den toureneinsatz gedacht ja jetzt haben wir ja auch sagen wir mountainbikes die wirklich härter angenommen werden und da würde ich sowas natürlich nicht verbauen wenn jetzt ein kunde sagt pass auf ich will aber trotzdem möchte ein bisschen aufrechter sitzen oder gerade bei einem xl-rahmen haben wir oft die die gegebenheit oder eine ewig lange beine ja dass der sattel sehr hoch ist und dann ist die front zu niedrig und dann haben wir jetzt hier mit unserem hersteller reverse haben jetzt die e-series und damals zum beispiel in dem fall hier ein lenker der wesentlich höher ist von der kröpfung wie der standard lenker und dann kann ich wirklich mit eingebauter sicherheit was dann auch für das produkt zugelassen ist die sitzposition verändern und die front erhöhen ohne irgendein risiko einzugehen und ist auch eigentlich optisch die sauberere lösung ja also wir haben die jetzt hier sogar in noch höher ich habe gerade mal einen rausgegriffen das hier ist dann wie war man da erhöhung 40 millimeter hat der 44 cm höher insgesamt also von von mitte bis mitte haben wir in verschiedenen maßen haben wir die da in verschiedenen höhen und den kann ich also montieren und ist natürlich auch einfach so eine optische sache warte mal ich zeig es mal vorne sieht natürlich cooler aus wie am mountainbiken verstellbaren vorbau zu montieren nur weil ich höher sitzt die front höher haben will wenn ich also sofort als rentner durchgehen möchte dann möchte ich nein das war jetzt spaß aber man sieht das schon direkt ohne scheiß gibt doch keiner geld aus für ein fahrrad was einem nachher nicht gefällt und das sind schon details ich finde die wichtig das heißt ich komme höher habe es jetzt gelöst durch einen anderen lenker da kann ich sogar noch den winkel sogar noch mehr kaufen je nachdem welchen winkel ich kann hätte wenn du mal kurz noch mal den lenker in die hand nimmst da ist es nämlich so viele viele die berichten über schmerzen die sie dann im gelenk haben und da gibt es leute die haben verschiedene winkel richtig naja sagen es gibt lenker mit verschiedenen winkel jetzt muss ich halt leider jetzt für zur demonstration sagen bei mir ist das phänomen wenig stark ausgeprägt aber hast vielleicht auch schon gesehen es gibt leute die sitzen also im fahrrad und haben die hand also ganz stark nach innen abgewinkelt ja und das gibt probleme jetzt haben wir lenker die haben andere winkel in dem bereich und damit kommt die hand noch mal gerade also in der flucht zum unterarm und das beugt also wirklich massiven problemen vor sowohl eingeschlafene hände und man soll es kaum glauben aber wenn du hier und eine zwangshaltung hast das geht bis hinten in den nacken rein das heißt du hast einfach eine unentspannte sitzposition und solche lenker haben also auch vorrätig da also ich will jetzt nicht auf das thema sitze eingehen da gibt es eine möglichkeit sich den hintern vermessen zu lassen dass schmerzen weggehen und zwar das kann ich aus eigener erfahrung sagen also lasst die finger weg von gel satteln wenn er länger fahrt die ich sag mal die verzögern das problem nur um eine halbe stunde sondern es geht darum der sattel muss passen da habt ihr eigene systeme da das ist auch noch mal eine halbe stunde arbeit so ein so ein sattel der kostet um die um die 100 euro geht halt bei 90 euro los da sagt nämlich manch einer scheiße viel geld für den sattel aber man will ja ein problem lösen stundenlang du willst ja spaß haben ja abgestiegen am anfang hatte ich einen falschen sattel da kannten wir uns noch nicht und da habe ich diesen sattel da da steht eine ziffer drauf orange sag ich mal der hersteller 610 es kulab es kulab genau so und da habe ich einen sattel geholt du hast mir den hintern einmal ausgemessen das heißt die die knochen hinten nein das ist ja egal auf jeden Fall da gibt es ein video zu guck mal es kulab lenker und da wird irgendwie dahinter reingedrückt dann kannst du sehen wie weit sind die becken auseinander auch das problem kann man lösen genau ja weil kümmer typische situation wir haben viele neueinsteiger die kaufen sich jetzt ein e-bike und auf einmal fahren die wieder stundenlang fahrrad am wochenende und ich meine du weißt natürlich klar wenn ich etwas neu anfange die ersten paar schmerzen kannst du keinem nehmen aber nach gewissen einfahrzeit sollte das aufhören und drei jahren nicht der fall ist nein eher nach drei wochen wenn das nicht der fall ist bitte herkommen wir haben lösungen dafür auch wirklich also es ist so es funktioniert tatsächlich ist sogar so mein sohn ist acht jahre alt er fährt auch jetzt es kulab weil weil einfach die die sattel sind super sind aber individualisiert meine frau fährt sogar auf dem trainingsfahrrad zu hause in es kulab sattel weil er nicht mehr wehtut die solche kunden haben wir auch die jetzt so heiße auf dem heimtrainer mittlerweile diese sättel fahren weil noch mal du willst ja irgendwo sport machen willst spaß haben und keine schmerzen das ist was anderes den wollen wir haben aber den rest lassen wir weg andi du bist jetzt neu saarländer würdest du einem saarländer dieses ghost fahrrad bedenkenlos empfehlen wenn er sagt ich suche was um die zweieinhalb will ein tolles fahrrad haben hatte sicher wie das reinkommen ist habe ich selber überlegt ob ich es nicht hol als zweitfahrrad bist du ein verkäufer aber wenn jetzt die beratung losgeht die leute also viele leute kommen ja rein sie haben sich informiert und dann hörst du erst mal ganz lange zu richtig das heißt der kunde erzählt erst mal was will ich machen mit dem fahrrad oder ich glaube als erstes mal ab was er überhaupt fährt also viele wissen ja gar nicht dass es verschiedene unterkategorien gibt also deswegen hören wir da schon genau hin was jemand dann fährt ja ich habe euch aber kennengelernt ihr habt fahrräder die bezahlbar sind das ist glaube ich schon mal ganz wichtig die man anpassen kann das also auch so man kann mit kleinen handgriffen kann man die unglaublich bequem machen leute sind unglaublich dankbar dafür ist so also wenn man den einfach mal erzählt ich meine ihr habt nicht umsonst hier vorne die die zubehörreihe weil a verdienen an den fahrrädern ein bisschen was aber zubehör auch aber das macht sinn weil diese diese personalisierung da geht es ja um geometrie um anpassung an den körper guck mal dass du so viele verschiedene typen und vorstellungen was jemand mit seinem fahrrad macht von ganz sportiv bis genuss bis 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 reise und da wollen wir natürlich darauf eingehen zum ein natürlich mit dem richtigen fahrrad das ist erstmal grundsätzlich die basis für alles und dann brauchst halt eben das entsprechende zubehör also wir zeigen es gerade mal ein hardtail würdest du sagen andy das ist eins der meistgefragtesten produkte im moment in dem segment in dem preissegment ich glaube das ist nicht sogar das rad also ich will jetzt nicht lügen die stückzahlen ich glaube wir liegen mittlerweile bei 200 oder so bei diesem rad speziell von dem verkauft noch mal drei es kommen jetzt noch mal 40 das heißt also wir zeigen jetzt nicht irgendeinen exot sondern das ist eins der meistverkauften fahrräder du hast du ich will kurz machen wir haben ein vergleichbares produkt das wirklich von der ausstattung quasi eins zu eins ist das kostet das hier liegt bei 2599 das vergleichbare kostet 3000 euro ohne dass du irgendeinen kompromiss eingehst und und das noch bei der einfach geilen optik also noch fragen und ghost ist jetzt kein billig hersteller wo ich denn sondern ich kann da auftreten ungefähr vergleichbar wie volkswagen oder wie bmw und so weiter also das war sozusagen ein nachgeschobenes modell für die saison 2020 und ganz ehrlich mit den dingen sind wir schlichtweg nicht nachher gekommen und das erklärt sich einfach an der preis leistung sehr schön also es gibt noch 1000 dinge über die man berichten kann insbesondere gibt es von bei schulz einen vorbau den kann man einfach wegschwenken wenn man ein wohnmobil hat das wissen viele gar nicht das heißt den kann man runter klacken und dann kann ich einfach diesen lenker ohne werkzeug beiseite denn ich sag mal so das größte bauteil ist neben den pedalen der lenker den man irgendwie wegklappen muss und die haben ein schnellsystem entwickelt wahnsinn speed lifter glaube ich hast das genau ist halt noch mit der höhenverstellung ist allerdings nicht ganz einfach einzubauen das ist nichts für leiden das wäre also auch ein ding für unsere jungswerkschaft gibt es aber muss man wissen und so weiter ja vielen dank einmal Kai Gimler Zweiradmechanikermeister aus dem saarland aus buß du kommst gebürtig aus gerlfang richtig auf dem nordgau liegt das auf dem nordgau wer immer das weiß also buß liegt im saarland das ganz viele kostenfreie parkplätze vor der tür klimatisiert ist die anlage du verkaufst mittlerweile viele fahrräder und hast dir unter anderem den andy mal ausgeguckt ist der andy gut macht einen guten job ich habe mir in bayern eingekauft und bin total zufrieden nein wir haben gesagt wir machen keine bayernwitzel mehr ist so okay andy andy du bist schon du bist schon ganz lange dabei muss man sagen du bist jetzt über ein jahr oder ich bin seit februar letzten jahres da februar letzten jahres da und das was ihr aber 2020 mitgemacht hast glaube ich das habe ich so noch nie mitgemacht also das ist tatsächlich neu gewesen während corona es standen schlangen dort und so weiter aber jetzt wollen wir einfach mal zeigen spricht auch vielleicht ein für dich wir haben ein bisschen vorgearbeitet ghost der name nochmal htx 4.7 htx 4.7 in einer richtig tollen ausstattung ein hardtail für 2600 euro das ist der preis mit 19 prozent mehr steuer der wird noch ein bisschen billiger weil es in total 16 prozent wenn sie kommen möchten kommen sie sind fast 70 euro weniger und das ganze kann man auch noch jobrad leasen aber da gibt es ein eigenes video zu können sie auch noch mal jede menge geld sparen am besten hier beraten lassen und ja ganz wichtig montags geschlossen und dienstags bis samstags durchgehen von 10 bis 18 uhr richtig und tschüss andy